ja mensch da ist doch eben gerade glatt ein systemsoftware fehler passiert vom letzten let's play gekostet hat aber da bin ich ja wieder für euch kann ja mal passieren dass das system sich kurzzeitig abschießt aber ist ja nicht so schlimm so ein stündchen haben wir noch bevor ich zur arbeit muss und dann wollen wir diese natürlich jetzt auch ordnungsgemäß nutzen und let's play so diese aufzeichnung etwas rein gar nichts sagt die was warte mal ich habe vorhin etwas notiert er sagt dass die opfer gaben zu den richtigen sicher ein weg zu ihm zu öffnen der musste runter der musste runter es wird tuffisch und wir kommen jetzt an die statue dran oder machen diese rund lauf die dinge das wir natürlich optimiert ja da kommt sie wieder ein schlüssel wie geil ein schlüssel für uns wir kommen den haben wir uns doch redlich verdient den schlüssel hier so wieder auf der seite schnell was einsammeln wir wollen ja nichts verkommen lassen ganz besonders nicht wenn wir nicht wissen was auf uns wartet in dem nächsten raum schroti mal ein bisschen nachladen besser ist es auch hier mal eben einen bolzen rein spannen schön wäre wenn wir so einen bauen können zum glück haben wir ein paar wasser es war wohl richtig unser fahrstuhl ist auch da jetzt fahren wir nach oben doch wohin wir müssen es gibt ja nur einen weg naja rätselraten müssen wir da nicht nehmen wir diesen weg hier und sind im labor das labor der verbotenen träume hier ist eine spritze hier ist munition der schrank ist mal wieder zu die müllsäcke subtiles viech da in der wand das hatten wir eben schon gelesen mit dem größenvergleich mit dem wachstum 9 und 10 die gehirn strukturen scheint alles wirklich identisch zu sein noch interessanter ist natürlich was wartet hier auf uns warum habe ich mir das böse gefühlt dass es böse überraschungen sind was ist das denn für ein hundchen also dem möchte ich nicht zum haustier der ist mir sogar zu hässlich die frage ist natürlich wie kommt er jetzt da raus obwohl eigentlich wäre es mir glaube ich lieber wenn er da drin bleibt das sollte die bessere variante sein was irgendeinem grunde mag ich es immer nicht wenn ich solche wände wieder können und dann das vielen käfig nicht mehr sehe ich wette der kommt da gleich raus sobald ist das auf ich gehe nur in schütze seite joseph ich hab nämlich jawohl ich wusste es ich wusste es scheiße ist das viech hässlich und das hat joseph erwischt Junge bist du hässlich wieso ich habe ich ist Ich finde da nur eine Spritze reinfallen, damit ich das irgendwie überleben kann. Joseph, Joseph liegt da ganz seelenruhig rum. Schockbolzen, Schockbolzen ist immer gut. Das Problem ist einfach das Tempo von diesem Viech. Ich habe jetzt hier den Schockbolzen ausgelegt, das heißt ich muss ihn einfach jetzt in meine Richtung locken. Jawohl, er hat uns erwischt. Boah, wie sollst du den denn platt kriegen, ey? Also die Bossgegner hier, die haben es schon teilweise ziemlich in sich, das muss man nicht sagen. Da haben sie teilweise sogar einen Hauch übertrieben, könnte man fast sagen. Aber wenigstens haben sie sich mal Mühe gegeben und nicht einfach nur irgendwas hier reinprogrammiert oder so oder dies oder das, sondern wirklich mal versucht innovativ zu sein. Aber das Problem halt ist, dass dieses Viech wirklich schnell ist. Wenn man ihn nicht gut erwischt, hat man wenig Chancen, glaube ich. Das kommt jetzt natürlich noch hinzu, dass wir uns versuchen müssen, Spritze zu geben, während wir wegrennen. So ein Kältebolzen wäre echt was Feines. Weil wir ihn damit vielleicht so ein Königchen außer Gefecht setzen könnten. Und dann wirklich so diesen finalen Ansatz zu kriegen. Aber ich finde auch keine Teile, die wirklich helfen gerade. Dann muss man da hinten kommen. Ja, die Flinte hier reißt wenigstens etwaige Löcher. Irgendwann stirbt jeder mal. Der will nur noch nicht so ganz. Wir haben ihn geschafft. Joseph. Was ist? Ich hab meine Brille fallen lassen. Fuck. Jetzt muss man wirklich für dem seine scheiß Brille nochmal in die Höhle des Löwens. Ist das nicht zum Kotzen? Sebastian, ich lenke es ab und du suchst sie. Joseph trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Komm, durch da, durch da. Puh, Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nichts sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kittmann suchen. Ja, Kittmann suchen ist jetzt, glaube ich, gerade eine vernünftige Idee. Gucken, ob man hier noch was mitnehmen kann. Schade, dass dieses Viech jetzt noch lebt. Ja, ich glaube, wie den meisten werden wir auch diesem Viech noch einmal begegnen. Und bei euch den Kältefall hier. Scheiße, Joseph, so ein Aufwand für eine Brille. Mal eben ums Eckchen hier gucken. Vielleicht liegt hier noch was Interessantes, was wir gebrauchen können. Da, Glibber. Und zwar ist auch nicht viel, aber er ist wenigstens welcher und er ist gratis. Kapitel 6, überlebt. Wir speichern jetzt vorsichtshalber einmal. Es ist eigentlich Standard, dass man mal speichert. Wir haben gespeichert und weiter geht's mit Kapitel 7. Eine Kirche. Irgendwie eine subtile Kirche, weil auch sie mit diesem Symbol ausgestattet ist, wo ich immer noch nicht weiß, wofür es steht. Aber es könnte halt diese Sekte sein, die diese Experimente durchgeführt haben. Ich würde mal fast vermuten, es ist irgendeine Sekte oder sowas, weil normale Menschen sind das garantiert nicht, die so eine Experimente machen. Es ist eindeutig Leslie. Das ist ein Kartenfragment. Grüner Schleim. Statue ist verrutscht. Seltsam, seltsam. Was ist mit Joseph los? Ich glaube, er macht nicht mehr lange. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Es ist gerade irgendwie nicht so ganz klar, was hier für ein falscher Film abgeht. Aber irgendwie ist es krank. Wir fallen mal wieder irgendwo durch. Und können dann eigentlich sehen, was mit uns passiert. Ich weiß nicht, was wir diesem Typen getan haben, dass der Sohn Hass auf uns hat. Vor allem, wo ist Kidman? Wir waren so nah an Kidman dran. Wo, um Gottes Willen, sind wir hier? Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ich sollte erst mal die Waffen durchmunitionieren. Mir gefällt es hier nämlich nicht. Nein, mir gefällt es hier ganz und gar nicht. Was ist das hier für ein Raum? Es muss ja irgendwo jetzt unter der Kirche sein. Eine Art Krypta oder sowas. Die Frage ist nur, wofür? Auch hier überall wieder diese Symbole. Sogar hier hat einer Bomben platziert. Oh scheiße. Die tun sogar richtig weh. Ein bisschen Munition hier. Also wirklich gelohnt hat sich das jetzt nicht mit der Bombe. Hier ist ein Ersatzteiler. Wer bist du denn? Ziemlich tot auf jeden Fall. Ziemlich knöchern eingebettet auch. Du bist wahrscheinlich dieser Typ, der da auf dem Bild zu sehen ist. Ich habe irgendwie ein richtig ungutes Gefühl gerade. Ziemlich knöchern eingebettet auch. Ja, es wäre ein Geschicker gewesen mit einem kleinen Ablenkungsmanöver, aber diese Mönche hier, die haben sich irgendwie doch faustdicke hinter den Ohren. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich die komplett los bin. Hm, der hat gesessen. Das spritzt. So, warum auch nicht. Ein bisschen schauen, was die Umgebung so hergibt. Das ist ja wunderschön hier. Man möchte hier am liebsten Urlaub machen. Schönen Erholungsurlaub mit Ferien. Na ja, hauptsache durchmunitioniert. Ist die Welt doch schon mal so einigermaßen in Ordnung. Und das hier sieht ganz wie eine Tür aus. Scheint locker zu sein. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Hilfe, das metallische Stampfen, er kommt, ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir, Hilfe, 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 Hilfe. Also, da hat jemand echt Angst gehabt. Ein Spiegel, aber der ist nicht für uns. Ein Tresor mit einem Schlüsselchen drin. Wir waren schon lange nicht bei unserer Krankenschwester, fällt mir da mal so auf. Ich würde mir wünschen, es passiert noch bevor hier irgendwas Größeres passiert. Ich habe gerade irgendwie so eine Angst, hier weiterzugehen. Ach du Scheiße. Wow. Okay, da müssen drei Schlüssel rein. Aber ich höre die bekannte Melodie. Ein Lichtblick. In Liebig begrüßen wir Lililin Kerstelianos, geboren am Dienstag, 18. Juli 2006, 9 Uhr 56. 3,31 Kilogramm, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Mayra Castelianos. Was mit dem Kind ist natürlich schön, aber ich mache mir immer noch mehr Sorgen über diesen Viech mit dem Safe auf dem Kopf. Der Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill, um behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historiker den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleich käme. So, ich mache jetzt da oben rechts auf. Den daneben direkt, komm, der hat sich doch gelohnt. So, kann man ein Blick in Richtung Karte werfen? Ja, da kommen Fragmente hinzu. Ich denke, eine Verbesserung gönnen wir uns auf jeden Fall jetzt mal noch. Wir haben jetzt schon wieder was zusammen. Das kostet 25.000, das 30.000, das 18.000, 9.000. Das war es auch wert. So, jetzt schauen wir natürlich, ob wir noch etwas verbessern können. Aber das sieht im Moment nicht so wirklich danach aus. Die Feuerrate, Magazinkapazität, Schroffilm. Die Feuerrate konnte man auch schön erhöhen. Ja, da haben wir doch jetzt gute Verbesserungen gekauft. Wir werden vorsichtig selber mal speichern. Und dann in die Welt des Wächters zurückkehren. Durch die Tür. Können wir nicht. Aber ich kann hier etwas einsetzen. Ich habe jetzt nur dieses geschissene Gefühl, dass er hinter einer dieser Türen auf uns wartet. So ein kleines Liedchen summen gegen die Angst ist doch eigentlich nicht verkehrt. Okay, immer vorsichtig mit den jungen Pferden. Wir haben hier Schleim. Okay, hier war jetzt nichts Sinnvolles drin. Da ist doch eine Spritze, das ist auch gut. Hier sind ein paar Maschinenteilchen. Da liegt ein Audio-Rekorder. Diese Kakerlacke, dieser Speichel lecker. Er nährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss doch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Er sind meine. Meine. Der einzige Weg, wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Gut platzierte Falle hier. Ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum dieser Typ ein Safe auf dem Kopf hat. Weil er tierische Scheiße gebaut hat und Daten klauen wollte. Wäre jetzt so meine Erklärung dafür, warum ist hier die Tür zugegangen. Okay, ich glaube, das ist einer von diesen Käfigräumen, von denen ich schon gehört habe. Wo ich aber auch nicht weiß, was hier genau passiert. Ah ja. Das sollte man also nicht tun. Ja, es hilft alles nichts. Ich werde jetzt gleich zur Arbeit müssen. Das heißt, wir sehen uns wieder in Folge 11 von Let's Play The Evil Within. Bis dahin. Okay. Ich усл erfhoo, dass wir uns wieder in derITH-D'd